Mein Name ist Brigitte Rauscher. Ich bin Kantorin in Trostorf und Vorsitzende des Chorverbands in der Evangelischen Kirche im Rheinland. Kantate singt, singet dem Herrn ein neues Lied. Seit 13 Monaten folgen wir dieser Aufforderung nicht. Wir singen nur privat oder im kleinsten Kreis, aber wir setzen unsere Hoffnung in die Zukunft. Dann singen wir wieder gemeinsam und lautstark, weil Gesang erfreut, heilt, schafft Ausdruck, verbindet, berührt. Deswegen erbitten wir Ihre Spende für die Kantate-Kollekte. Dafür benötigt der Chorverband Unterstützung. Singwochen, Begegnungstage, Kirchenmusikfeste, für die Chöre, die unsere Leihbibliothek und die Truhenorgeln nutzen, für die Fortbildung und Weiterbildung der ChorleiterInnen. Deshalb unterstützen Sie uns, damit wir für Sie da sein können.